Anna Heiser, 32, setzt sich gegen die Kritik ihrer Fans zur Wehr. Aktuell erwarten die ehemalige Bauer Suchtfrauteilnehmerin und ihr liebster Gerald ihr zweites gemeinsames Kind. Die gebürtige Polin verriet zudem bereits, dass ihr Baby mithilfe eines Kaiserschnitts zur Welt kommen soll, da ihre Narbe von der Geburt ihres Sohnes Leo noch zu frisch sei. Doch das traf bei einigen Followern auf Unverständnis. Nun rechtfertigte Anna sich und stellte ihre Sicht der Dinge dar. Auf Instagram meldete sich die Schwangere jetzt zu Wort und begann, ihre Gedanken mit ihrer Community zu teilen. Bei der letzten Fragerunde haben viele von euch gefragt, warum unser zweites Wunder per Kaiserschnitt zur Welt kommen wird. Nachdem ich euch unsere Entscheidung erklärt habe, wurde ich mit Nachrichten überschüttet, berichtete die 32-Jährige. Sie fuhr fort, dass einige Nutzer die Begründung der Eltern verstehen könnten, andere sie jedoch davon überzeugen wollten, eine natürliche Geburt zu versuchen. Allgemein habe sie das Gefühl, dass es zwischen Schwangeren und Neumüttern einen stillen Wettkampf gibt, sodass sie eigentlich nichts richtig machen kann. Besonders das Thema Entbindung sei dabei mit vielen unterschiedlichen Meinungen behaftet. Dennoch wolle Anna sich vor ihren Fans für ihren Entschluss, einen Kaiserschnitt machen zu lassen, nicht mehr rechtfertigen. Gerald und ich haben uns lange mit dem Thema beschäftigt und Gespräche mit meinem Arzt geführt. Es ist diesmal eine bewusste Entscheidung und sie wird sich nicht ändern, stellte die TV-Bekanntheit klar. Es ist diesmal eine bewusste Entscheidung.